Und jetzt freue ich mich, dass Dr. Nalini Sahai wieder bei uns ist und sie wird einen Vortrag geben zum Thema Mut, Stärke und Lebensfreude, das Geschenk des Yoga an junge Menschen. Dr. Nalini Sahai ist Psychologin, sie ist aus Delhi, sie hat viele Jahre, heute würden wir hier sagen Schwerpunkt in Delhi gearbeitet, in Slums von Delhi. Sie hat mit drogensüchtigen Jugendlichen gearbeitet, sie hat eine gemeinnützige Stiftung ins Leben gerufen, Torch, die sich kümmert um Kinder von Straßen, also Obdachlosen, die auf der Straße leben. Und sie ziehen ja in Indien jedes Jahr Hunderttausende in die Millionenstädte hinein und dann leben die ersten paar Jahre auf der Straße und so. Sie hat dann eine Organisation gegründet, wo diese Kinder erstmal geschult werden, dass sie nachher in die öffentlichen Schulen hineinkommen können. Also sie hat sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, ist aber auch Schülerin von Swami Satyananda und unterrichtet auch hier im Haus seit inzwischen, seit dem Beginn des Hauses. So we are very grateful for you to be here and we are looking forward to your talk. Namaste. It is always a great honor to speak to such wonderful people. Es ist mir immer eine große Ehre, zu so wunderbaren Menschen sprechen zu können. And when I was asked to speak at the conference, it brought back a lot of memories of all the work I have done over the years. Und als ich gebeten wurde, jetzt hier im Kongress zu sprechen, das hat ja sehr viele Erinnerungen hervorgebracht über die Arbeit, die ich schon gemacht habe in den letzten Jahren. Seit 37 Jahren unterrichte ich nun Yoga. Also viele, die hier im Raum sitzen, die waren damals noch gar nicht geboren. So I was just wondering, you know, because I have so much experience, I thought I would start with the creativity with children. Also weil ich jetzt so viele Erfahrungen habe, habe ich gedacht, ich beginne mit der Kreativität der Kinder. Ich war eine der ersten in Indien, die kreatives Yoga in den Schulen unterrichtet haben. Und das war eine Schule, die ist der Waldorfschule sehr ähnlich. Und ich möchte erwähnen, da waren also sehr privilegierte Kinder, die dort unterrichtet wurden. So what I did was, when I started teaching them, the first thing I taught, it was a co-ed school. Also ja, das erste, was ich denen beigebracht habe, es war eine Gesamtschule. I taught them Surya Namaskar. Ich habe denen Surya Namaskar beigebracht. Und die yogische Atmung. Und dann, the meditation practice that I taught them was Chittakash Dharana. Und Chittakash Dharana, das war also eine spezielle Meditationspraxis, die ich gelehrt habe. Chittakash Dharana is a very effective practice for children, children above eight years of age. Also Chittakash Dharana ist eine Praxis, die man gut bei Kindern anwenden kann, also ab dem achten Lebensjahr. I teach this practice to adults also, however with children, it's really wonderful when you ask them to do the practice. Also ich unterrichte diese Praxis auch den Erwachsenen, aber gerade bei Kindern ist das so wunderbar, denen das beizubringen. You ask them to close their eyes. Du bittest sie, die Augen zu schließen. And give them a visualization. Und gibst ihnen eine Visualisierung. And what was interesting was, that I was teaching children from the ages of 10 to 17, that is different classes. Und es war interessant, also ich habe auch die 10 bis 17-Jährigen unterrichtet in einer anderen Klasse. When the children were asked to write down, I made them write down also. They had a special book for their Yoga-Praxis. Und ich habe sie dann gebeten, in einem speziellen Buch für ihre Yoga-Praxis das dann niederzuschreiben. Und es war interessant zu sehen, wie sensibel, speziell auch die Mädchen waren. In all the classes, many of them would write, how concerned they were for their mothers, how hard their mothers worked. Also ja, speziell, sie haben auch ihre Mütter erwähnt, ja, wie hart sie arbeiten müssen, die Mütter. Und die Jungs hingegen, ja, wenn sie über ihre Meditation geschrieben haben, das war zum Teil recht lustig. Und wo ich unterrichtet habe, das war jetzt genau neben dem Schulleiter. Und manchmal die 15-Jährigen Jungs, die haben ja schon echte Schwierigkeiten manchmal bereitet. Und ich würde etwas sagen, wie zum Beispiel, Hari Om Tatsat. Und sie würden dann einen Spaß machen, Jet, Set, Go. Und plötzlich sah ich die Jungs, die waren wie Vögel vor einer Schlange, die Jungs, also ganz still. Und dann habe ich mich umgedreht und ich habe gesehen, dass der Schulleiter durch das Fenster geschaut hat. Es war eine sehr freudevolle Erfahrung, mit diesen Kindern arbeiten zu dürfen, weil sie so viel aufgenommen haben. Und ich habe an einer anderen Schule auch taubstumme Kinder unterrichtet. Und ich habe Soham, das Mantra, mit denen genutzt. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, denn sie waren taubstumme, von Geburt an. Und die meisten von denen wurden von zu Hause weggeschickt und die lebten in dieser Schule. Und also, ja, sie hatten ja keine Vorstellung jetzt von der Lautstärke und sie haben sehr laut getönt, gechantet. Also, sie konnten gar nicht sich vorstellen, wie viel Lärm, ja, Geräusch sie erzeugten. Also, nur die Wiederholung des Soham hat ihnen schon sehr viel gebracht. Und danach bin ich mit meiner Familie nach Delhi gezogen und ich habe also mit Straßenjungs zusammengearbeitet. Also zwischen 8 und 18. Und sie waren wild, denn in deren Leben gab es keine Disziplin. Es war sehr schwierig, sie ruhig zu halten. Und ich konnte wirklich keine Meditationstechnik für sie finden. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann Vipassana praktiziert. Und dann habe ich Anapana beigebracht. Und du beobachtest dabei den Atem auf der Oberlippe. Und das hat bei denen sehr gewirkt. Und die waren dann danach wie kleine Lämmer, die konnten dann alles, also du konntest sie um alles bitten. Sie haben es gemacht. Und jetzt arbeite ich mit jungen Kindern zwischen 3 und 8 Jahren, also die von den Straßenmenschen, Obdachlosen. Sie haben also keine Routine, keine Regelmäßigkeit in deren Leben. Und wenn 40 Kinder in zwei Räumen sind, zwischen den Jahren von 3 und 8 Jahren, sie machen so viel Ruhe, dass du dich selbst nicht hörst. Also wenn so 40 Kinder zwischen 3 und 8 Jahren in zwei Räumen sind, ja, das ist dann so laut, da kannst du nicht mal deine eigenen Gedanken wahrnehmen. Und was ich denen beigebracht habe, ist Tratak. Und die lieben diese Praxis. Wir nutzen keine Kerze, sondern so ein Licht in einer Lampe. Und die sitzen darum herum und konzentrieren sich für einigen Minuten auf das Licht. Und das bringt sie zur Ruhe. Und dann Tadasana ist sehr gut. Denn zu Hause wird ihnen nichts wirklich beigebracht. Sie leben in einem Shanty. Ich weiß nicht genau, ob ihr wisst, was das ist. Also das sind vier Bamboo-Busstöcke und da ist ein bisschen Plastik drüber gelegt. Und jedes Kind hat also drei, vier Geschwister. Also die kennen gar nichts, die wissen gar nicht Disziplin, Zeit, Regelmäßigkeit. Also wir bringen ihnen Tadasana bei, auf den Zehenspitzen stehen. Und die Augenübungen, denn die können auch gar nichts koordinieren. Und auch wieder Anapanna. Also das hilft ihnen schon für drei Minuten, dann ruhig zu sein. So this, you know, this has been my experience when I've been working with children. Das ist also meine Erfahrung, wenn ich mit Kindern arbeite. Then I have done some work with children who wet their beds. Ich habe also auch mit Kindern gearbeitet, die Bettnässer sind. And that's quite common now. Das ist sehr weit verbreitet heutzutage. Und ein einfaches Yoga-Nidra hat bei diesen Kindern sehr viel Wirkung gezeigt. Und in this, the breathing is just to visualize the breath like an inverted triangle going through the nostrils. Und man arbeitet mit Visualisierung des Atems, wie ein umgekehrtes Dreieck, was hin zur Nase fließt. Und dann können die Kinder visualisieren, verschiedene Objekte, die sie sich wählen können. Und dann finden sie ihn in den Schlaf. Und mit solchen Kindern scheint das sehr gut zu funktionieren. Und was Kinder in Indien sehr lieben, und ich denke mal, das werden die Kinder hier auch lieben. Das ist das Tönen, das Chanten der Mantras. Also das sind einfache Mantras. Zum Beispiel kannst du das Sarasvati-Mantra zehnmal täglich wiederholen, damit du dann auch in der Schule gute Resultate bekommst. Und das andere ist, dass du Brahma bittest, am Morgen dich wach zu wecken, sodass du dich da nicht verspätest zur Schule. Und dann gibt es Ganesha-Mantras. Er bringt alle Hindernisse, räumt er beiseite. Also ja, diese Mantras sind sehr kraftvoll, und die Kinder erinnern sich auch für sehr lange Zeit daran. Also du kannst es ausprobieren, du wirst das als sehr wirkungsvoll, sehr kraftvoll empfinden. Also was bei vielen Kindern jetzt passiert ist, die werden sehr gestresst. Und es ist sehr wichtig, diese Kinder auch zur Ruhe zu führen. Also wirklich sehr einfache Meditationstechniken, den Klängen zum Beispiel lauschen, ohne zu versuchen zu identifizieren, wer oder was dieses Geräusch macht. Und das, ja, befähigt sie, ruhig zu sein. Und auch fähig zu sein, in einer lauten Umgebung arbeiten zu können. Und auch zum Gedächtnistraining, also verschiedene Objekte, Namen der Objekte zu nennen. Zum Beispiel das erste Mal zehn Objekte. Und dann bitte sie, diese detailliert zu visualisieren. Und sich selbst auch dann zu wiederholen, beziehungsweise niederzuschreiben. Und das Ergebnis ist, dass das Gedächtnis sich verbessert. Und dann sprechen wir über die Furchtlosigkeit. Manchmal sind Kinder sehr ängstlich und sie haben auch nicht den Mut, den Eltern davon zu erzählen. Eine andere Technik ist, die einfach malen zu lassen. Ich hatte ein Kind, die kam zu mir, die Eltern hatten sich geschieden. Und das Kind hat wieder und wieder Häuser gemalt. Und der Grund war, er wollte nicht bei seinem Vater bleiben. Du kannst dem Kind so durch diese Technik, durch das Malen auch Selbstbewusstsein schenken. Und immer, das Malen sollte nach dieser Atemübung, dieses umgekehrte Dreieck kommen. Du visualisierst ein Dreieck durch die Nasenlöcher hin zum Punkt zwischen den Augenbrauen wie ein umgekehrtes Dreieck. Und das hilft den Kindern wirklich sehr. Also, falls jemand jetzt Fragen hat, ihr seid herzlich eingeladen, mir diese zu stellen. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Nein? So, thank you and Namaste. Dankeschön, Namaste. Thank you. Maybe you can instruct one or two of these exercises you do with children. Also, vielleicht kannst du uns noch zeigen, so ein, zwei dieser Übungen, die du mit den Kindern machst. Okay, how about becoming children? Close your eyes. Also, lasst uns zu Kindern werden. Schließe deine Augen. Close your eyes. Schließe deine Augen. Breathe in and out slowly. Atme langsam ein und aus. Visualize the breath going in through the nostrils, but this time it's like an inverted triangle. Visualisiere, wie der Atem durch die Nasenlöcher einströmt und dieses Mal ist es wie ein umgekehrtes V. Now, the breath goes in through the tip of the triangle and goes to the eyebrow center. Geht, fließt hinein durch die Nasenlöcher hin zum Augenbrauenzentrum. And then it descends from both sides of the eyebrow center out of the nostrils. Und dann wieder hinab vom Augenbrauenzentrum durch beide Nasenlöcher. Wir werden das jetzt elfmal praktizieren. Eleven in, eleven out. Elfmal ein, elfmal aus. Ten in, ten out. Zehn eins, zehn aus. Nine in, nine out. Neun ein, neun aus. Eight in, eight out. Acht ein, acht aus. Seven in, seven out. Sieben ein, sieben aus. Six in, six out. Sechs ein, sechs aus. Five in, five out. Fünf ein, fünf aus. Fünf ein, fünf aus. Fünf in, four out. Vier ein, vier aus. Three in, three out. Drei ein, drei aus. Two in, two out. Zwei ein, zwei aus. Eins in, eins in, eins out. Jetzt visualisere dir eine Mango. You can visualize any kind of mango, any color, any size. Du kannst dir jede Art von Mango visualisieren, jede Art von Farbe, Form. Es hängt ganz von dir ab, wie du diese Mango jetzt siehst. It can be on a tree, it can be in a shop, it can be cut, ready for you to eat. It is your choice. Du kannst wählen, vielleicht hängt sie am Baum, vielleicht liegt sie im Laden oder vielleicht liegt sie aufgeschnitten, dass du sie essen kannst. Visualize a tree. Visualisier dir einen Baum. Again, the choice is yours. Du kannst wieder wählen. A rainbow. Ein Regenbogen. Parrots. Papageien. It depends on you. What colors do you see? Es hängt von dir ab. Welche Farben siehst du? Sterne. 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 Okay. Now once again, go over what you have seen and are seeing. A mango. Jetzt geh nochmal darüber, was du jetzt gesehen hast. Eine mango. Tree. Ein Baum. Parrots. Papageien. Star. Sterne. Again practice the inverted triangular breathing. The practice has come to an end. Hari Om Tatsat. Hiermit ist die Praxis dann abgeschlossen. Hari Om Tatsat. Open your eyes. Öffne deine Augen. Now I'm going to give you a real task. You will write down what you've seen and make a story about it. Und jetzt gebe ich dir noch eine richtige Aufgabe. Und zwar kannst du jetzt niederschreiben, was du gesehen hast und damit eine Geschichte schreiben. Das würde ich jetzt mit den Kindern machen. Das ist also heute Abend noch deine Hausaufgabe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.